Ich packe meinen Koffer. Kerstin packt ihren Koffer. Und du, packst du auch deinen Koffer? Nein, ich suche meine Reisetasche. Hast du meine Reisetasche? Nein, ich habe deine Reisetasche nicht. Mutti, wo ist Martins Reisetasche? Oben im Kleiderschrank. Ich packe meinen Koffer. Kerstin packt ihren Koffer. Und du, packst du auch deinen Koffer? Nein, ich suche meine Reisetasche. Hast du meine Reisetasche? Nein, ich habe deine Reisetasche nicht. Mutti, wo ist Martins Reisetasche? Oben im Kleiderschrank. Im Winter gehe ich mit Claudia zum Skifahren. Sie ist meine Freundin. Sie ist sehr nett. Morgen fahren wir nach Garmisch. Ich packe meinen Koffer. Das ist mein Anorak und das ist meine Skihose. Das ist ihr Anorak und das ist ihre Skihose. Warst du deine Mütze? Ja. Wo ist dein Kosmetikkoffer? Mein Kosmetikkoffer? Hier ist er. Im Winter gehe ich mit Claudia zum Skifahren. Sie ist meine Freundin. Sie ist sehr nett. Morgen fahren wir nach Garmisch. Ich packe meinen Koffer. Ja. Das ist mein Anorak und das ist meine Skihose. Das ist ihr Anorak und das ist ihre Skihose. Warst du deine Mütze? Ja. Wo ist dein Kosmetikkoffer? Mein Kosmetikkoffer? Hier ist er. Was macht ihr im Winter? Im Winter gehen wir zum Skifahren. Was macht ihr sonntags? Sonntags gehen wir oft spazieren. Was machst du im Winter? Ich fahre Ski. Fährt Claudia auch Ski? Ja. Sie fährt auch Ski. Was macht ihr im Winter? Im Winter gehen wir zum Skifahren. Was macht ihr sonntags? Sonntags gehen wir oft spazieren. Was machst du im Winter? Ich fahre Ski. Fährt Claudia auch Ski? Ja. Sie fährt auch Ski. Bekrieg. Untertitelung des ZDF, 2020